Ich sag's euch, wie es ist. Eigentlich wollte ich die Mail gar nicht aufmachen und zwar Spreadshirt hat wieder eine Rundmail geschickt. Neue Designpreise für deine Marktplatzverkäufe. Was soll ich dazu noch sagen? The same procedure as every year, Mr. James. Hat so ein bisschen was von Dinner for One, aber wie jedes Jahr gibt es wieder große Änderungen und auch natürlich ein Riesendatum, was in der Print-on-Demand-Szene unheimlich viel verändern wird. Nicht nur wegen Spreadshirt, sondern auch wegen einer ganz anderen Sache und da musst du auf jeden Fall dranbleiben, weil wer da vorne mit dabei ist, der wird sich freuen. Vorrangig betrifft es jetzt alle Leute, die organisch verkaufen, also ohne Werbung schalten, ihre T-Shirt-Designs bewerben. Ich habe für alles aber auch noch hier eine Lösung für diejenigen, die jetzt von diesem neuen System betroffen sind. Also gucken wir uns das Ganze mal schnell an. Gut, um es zusammenzufassen, also ab 1. Februar gilt das Ganze nämlich schon. Also in wenigen Tagen geht es bald los. Bis 31. Januar könnt ihr noch mit dem alten Modell die Verkaufspreise erzielen. Danach wird umgestellt und zwar für alle Marktplatzverkäufe und den Selbstgestaltenbereich. Das sind die beiden Bereiche, worum es sich hier dreht. Und zwar das erste, die große Änderung ist, dass Spreadshirt Produkttypen einführt. Und zwar wir haben jetzt nicht mehr den Kontrast-Hoodie, den Unisex-Hoodie, den sonst was-Hoodie und so weiter und dennoch 10.000 verschiedene T-Shirt-Arten, sondern T-Shirt ist jetzt einfach T-Shirt. Hoodie ist jetzt Hoodie und Jacken ist jetzt Jacken. Da muss natürlich jetzt ein einheitlicher Preis her. So und da die ganzen anderen verschiedenen Produkte unterschiedliche Preise hatten, muss man da einen guten finden. Die Frage ist, liegt er drüber oder liegt er drunter? Und das gucken wir uns jetzt an. Ihr könnt es euch eigentlich bei Spreadshirt fast denken. Aber bevor wir dahin kommen, hier den Selbstgestaltenbereich, da gibt es nämlich auch eine Änderung und den gucken wir uns als allerersten an. Und da ändert sich nämlich folgendes. Hier alle Produkte haben sich früher für 2 Euro oder besser gesagt werden sich jetzt für 2 Euro, nicht früher, sondern jetzt gibt es die halt. Also ab 1. Februar gibt es die dann für 2 Euro. Bedeutet, sobald der Kunde einmal dran rumfummelt an dem Design und da etwas irgendwie in der Größe verstellt, dann gilt schon die 2 Euro. Und das ist natürlich so eine Sache, was absolut unattraktiv ist. Und gerade für uns, wenn jemand natürlich einfach nur sein Design einmal anpasst und das ist ja gerade die Funktion, die Spreadshirt halt ausmacht, dann wird uns gleich mal glatt 33% unserer jetzigen Marge noch bekommen. Denn Spreadshirt hatte früher noch ganz andere Preismodelle. Da konnten wir nämlich unsere Gewinnmargen selber eintragen. 9,46 Euro, 11 Euro irgendwas eingetragen und da haben wir schon eigentlich ganz gut mit verdient. Aber das Ding ist, das ist jetzt nicht mehr. Ich mache euch jetzt mal hier im Vergleich einfach mal beide Seiten rauf, damit man das hier sehen kann. Und hier auf der linken Seite seht ihr es auch schon reinschweben und zwar nämlich so ein bisschen die Durchschnittspreise. MP bedeutet Marketplace, also Marktplatz. EMP ist externer Marketplace, also wenn da extern was eingebunden ist, dann kriegst du da nochmal andere Preise. So und jetzt können wir mal hier anfangen, ein bisschen Analyse zu machen und da will ich euch was zeigen. Und zwar nämlich, wir gehen jetzt einfach mal hier auf die T-Shirts, zum Beispiel bei den Männern und gucken uns da ein bisschen um. Jetzt wird das Ganze beworben mit, ja, für die Hauptprodukte kriegt ihr jetzt mehr. So wird das beworben. Zum Beispiel hier 3 Euro geht jetzt auf 3,25 Euro, was jetzt nicht unbedingt attraktiv ist. Oder besser gesagt nicht unbedingt der Riesenquantensprung, aber, jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns nämlich jetzt mal angucken, was die T-Shirtpreise hier allgemein eigentlich so sind, dann sehen wir nämlich die erste Sache, die liegen deutlich über den 3,25 Euro. Das bedeutet nämlich alle anderen Produkte, die jetzt hier nicht diesen Preis haben, dementsprechend, da kriegst du weniger. Genauso, wenn wir jetzt auf Hoodies mal gucken, wir können ja mal hier bei den Pullover, da haben wir sie zum Beispiel, da kriegst du jetzt nur noch 5,25 Euro. Das bedeutet allein, wenn du ein Unisex-Hoodie verkauft hast, dann hast du von 6 Euro auf 5,25 Euro. Jetzt auch nicht so optimal, aber sie haben den Unisex-Hoodie von 5 Euro auf 5,25 Euro angehoben. Toll, keine Sorge, Lösung dafür kommt noch. Egal welchen Hoodie ich hier angucke, das geht hier bis 8 Euro, da kriegst du keine 8 Euro, da kriegst du ja nur noch 5,25 Euro. Ich hatte mir auch mal die Mühe gemacht, das auszurechnen. Moment. Ich habe jetzt folgendes mal ausgerechnet, ich wollte mal wissen, was ist der Durchschnitt, den wir eben bei dem alten Preismodell bekommen haben. Zum Beispiel hier für T-Shirts und da habe ich einfach alle T-Shirts zusammengezählt vom Preis her, wie viele Preise haben wir von was. Und das dann durch die Anzahl geteilt, dann haben wir einen Preis raus von 4,44 Euro und der geht jetzt halt auf 3,25 Euro. Können Sie schön reden, wie Sie wollen. Fakt ist einfach, es gibt weniger Kohle. Man muss aber da Folgendes beachten. Natürlich, klar, das, was du am meisten verkaufst, sind Standard-T-Shirts oder halt die Hoodies. Aber ich muss sagen, bei mir ist es auch ganz schön gemischt. So, und das ist halt auch wieder so eine Sache. Hm, bin ich mir... Wird nicht so gut. Wir hatten ja schon das letzte Jahr darum gesprochen, und zwar als Spreadshirt hier die Preise angepasst hat, warum sie das Ganze wohl gemacht haben, und zwar da waren unsere Vermutungen, ja, sie wollen halt mit Amazon, Ebay und Etsy konkurrieren. Und tja, das Ganze haben sie jetzt offen zugegeben. Ein Jahr später kommt nämlich die Mail, oder haben sie es im Text geschrieben. Mal sehen, ob ich es noch finde. Heute Morgen habe ich es halt gefunden, dann blende ich es euch da ein. Schwarz auf weiß, sie wollen mit diesen Plattformen in Konkurrenz treten. Spreadshirt hat das Hausrecht, kann natürlich die Preise bestimmen, wie sie wollen. Und wie haben sie es jetzt auch diesmal gemacht? Sie haben wieder die Marge gedrückt bei den Designern, was natürlich nicht toll ist für uns. Aber bevor wir jetzt wieder anfangen, hierüber irgendwie gleich die Firma zu schimpfen und wie sie alles was machen, machen wir was ganz anderes. Und zwar, wir gucken uns jetzt nämlich mal Print-on-Demand an, wie man es betreiben kann, wie man es profitabler betreiben kann, und was das Ganze vielleicht für dich jetzt bedeuten kann, dass du mal ein bisschen aus deiner Höhle rauskommst und deine Komfortzone verlässt. Wenn Spreadshirt schon zugibt, dass es vor Amazon oder Etsy halt Angst hat, will ich dir jetzt mal was zeigen. Und zwar, das hier sind T-Shirts von dem Druckanbieter Printful, und die bekommst du zum Beispiel hier schon ab 9,95 Euro. Was ein ziemlich cooler Preis ist, denn ich kann dieses T-Shirt hier auch in einem Etsy-Store verkaufen. Ich habe das Ganze hier mal eingefügt, und wie du siehst, kann ich hier alles selber bestimmen. Ich kann nämlich meinen Verkaufspreis selber bestimmen. Je nach Nische kann der dementsprechend hoch sein. Ich kann genauso natürlich den Einkaufspreis meiner T-Shirts bestimmen, dass ich alles wirklich perfekt managen kann. Und dann kriege ich eine ganz andere Marge. Wenn ich dieses Printful-Shirt hier für 24 Euro verkaufe, dann habe ich da natürlich viel mehr als diese 2-3 Euro, die mir da irgendwo entsprechend Spreadshirt auszahlt. Und alles, was ich dafür machen muss, ist eigentlich nur Printful mit Etsy zu verbinden. Ich meine, für alle Kursteilnehmer von t-shirt-frank.de wird das jetzt nichts Neues sein, weil das zeige ich euch ja da schon. Da habt ihr die kompletten Anleitungen halt drin, wie das Ganze geht. Aber das ist halt ein Riesenvorteil, was du einfach mal machen kannst. Und das, was die meisten Leute davon abhält, ist eigentlich nur, ja, Etsy kostet 19 Cent an Einstellungsgebühr. Und mein Freundchen, jetzt werde ich dir mal Folgendes sagen. Wenn du ein Unternehmer werden willst und selbstständig ein Business aufbauen willst, dann musst du auch mal eine Ausgabe machen. Und dazu gehört es auch mal 19 Cent für irgendein Listing von entsprechend Etsy zu bezahlen, wenn du da ein Design hochladen willst. Denn ganz ehrlich, lass einfach mal irgendwo den Kaffeebecher für 5 Euro weg und nimm das Geld einfach für ein paar Listings bei Etsy. Da hast du definitiv mehr von. Aber warum sollte ich jetzt auf einmal meine Designs auf Etsy laden? Und da will ich dir jetzt mal ein bisschen die Augen öffnen, wo die meisten überhaupt nicht dran denken. Klar, ich kann bei Google hier entsprechend auch irgendwo mal ein T-Shirt suchen und finde dann hier meistens auch noch irgendwo Spreadshirt als Werbeanbieter. Wobei der mittlerweile auch schon ein bisschen runtergefahren hat. Aber wenn wir uns nämlich mal den Webseiten-Traffic angucken, dann sehen wir, dass zum Beispiel Spreadshirt 2 Millionen Besucher hat. 2 Millionen klingt erstmal unheimlich viel, aber wenn ich mir jetzt den von Redbubble angucke, der zum Beispiel bei 35 Millionen liegt, sind das schon deutlich mehr Kunden. Der Traffic auf Etsy liegt bei 566 Millionen zu 2. 566 Millionen zu 2. Da wird schon irgendeiner dein Design finden. Denn das Tolle ist nämlich dieses Ungleichgewicht einfach mal von Leuten, die sich einfach abschrecken lassen. Und ich kann es dir sagen, weil ich einfach mit so vielen Leuten aus dieser T-Shirt-Szene hier gesprochen habe. Aber gefühlt 95 Prozent aller Leute trauen sich einfach nicht, auf Etsy was hochzuladen, weil es einfach irgendwie komplett was anderes ist. Und die trauen sich da einfach nicht rein. Das sind keine Konkurrenten, weil die sind nicht auf dem Markt. Und du kannst wirklich super einfach hier auf Seite 1 Sachen positionieren, weil es einfach wirklich simpel ist, weil die Marktplätze so riesig sind. Zusätzlich ist das Werbesystem super einfach. Du brauchst keinen riesen Facebook-Targeting und sonst was da halt aufsetzen, sondern du gibst einfach nur ein Werbebudget ein, einfach nur einen Preis und klickst einfach mal den Haken an auf das Design, was gepusht werden soll. Und genau dieses Design wird der Algorithmus dann auch schon dementsprechend den Leuten zeigen, wenn du es gut beschrieben hast. So und das ist es. Natürlich gibt es auch andere Seiten wie hier so ein Amazon mit 2,7 Billionen Leuten. Aber der Witz ist, ja wer kauft denn da ein? Sind das rein T-Shirt-Interessierte? Nee, da kaufen nämlich alle einen, die eine Batterie kaufen, die irgendwie was aus der Apotheke holen wollen oder irgendwelche, weiß nicht, Elektronikgeräte oder sonst was. Die kaufen alle da auch noch ein. Und da hast du nicht nur T-Shirt-Leute. Auf einem Markt wie Redbubble, zum Beispiel, der 35 Millionen hat, da sind nur POD-Produkte. Es gibt dort nichts anderes. Das sind reine POD-Kunden. Genauso hier 2 Millionen reine POD-Kunden. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass bei Etsy nur 2 Millionen T-Shirts kaufen. Und das muss ja nicht mehr T-Shirts sein. Da kannst du ja alles machen. Zum Beispiel Sneaker irgendwo verkaufen. Das war jetzt auch so ein Projekt, was ich dem nächsten Mal machen werde. So ein Sneaker-Store bauen. Selbst hier unsere künstlichen Intelligenz-Designs, die haben sich auch verkauft. Und der Witz ist, die verkaufen sich sogar noch weiterhin. Das war der Witz da rein. Ich habe das jetzt organisch laufen lassen, ohne dass ich Kosten habe. Und das Ding verkauft sich immer noch. Das ist halt cool, weil ich einmal angeschoben habe. Zwei Fragen mal an euch. Was haltet ihr von dem neuen Preismodell? Was denkt ihr, was das für den Markt so bedeuten würde? Zweite Frage. Was haltet ihr von der Hintergrundbeleuchtung? Ich habe nämlich mal die Farben geändert und überlege jetzt, welche Farben soll ich wählen? Also wenn du da mal einen guten Tipp hast, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich probiere einfach mal ein paar Farbkombis aus. Also lasst euch jetzt nicht von den Preisen oder von den Preisänderungen irgendwie den Spaß am PUD-Business nehmen. Denn Print-on-Demand besteht einfach aus so vielen Marktplätzen. Allein von den organischen haben wir über 50 Anbieter. Spreadshirt ist der einzige, der den Preis eingeschränkt hat. Aber trotzdem reden alle nur von Spreadshirt, weil es halt der meiste Suchbegriff hier auf YouTube einfach ist. Aber PUD ist halt noch so viel mehr. Du kannst das bis zum Ladengeschäft machen. Coaching-Teilnehmer oder Kursteilnehmer wissen es ja auch. Offline-Markt-Systeme aus dem Kurs. Du kannst, wie gesagt, auf Etsy verkaufen. Du kannst mit Influencer-Marketing machen und so weiter und so fort. Und da kommen wir nämlich zur nächsten Sache, was ich schon angeteasert habe. Es wird nämlich eine Riesenänderung kommen. Und zwar ab 1. Februar werden YouTube-Shorts monetarisiert. Das bedeutet für dich, wenn du, egal was du aufbaust, einen Shopify-Shop, einen Etsy-Shop oder halt entsprechend, ja, egal, selbst bei Spreadshirt, einen Spreadshirt-Shop, du kannst mit diesem Traffic, den du von YouTube-Shorts machst, sogar noch Geld verdienen, indem du Werbung schaltest. Du bekommst Geld für Werbung und kannst dann noch Verkäufe machen und die dich quasi nichts kosten. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Es sei denn, du verkaufst bei Etsy, dann sind es die 19 Cent. Aber über 19 Cent wollen wir jetzt wirklich über 19 Cent reden. Und für die Leute, die jetzt sagen, jetzt muss ich meine 200.000 Designs auf Etsy laden. Nein, du sollst nicht 200.000 Designs einladen, sondern nimm einfach deine Topseller. Wir haben lang genug bei Spreadshirt hochgeladen. Wir können natürlich gucken, was läuft. Die Besten nehmen wir, ziehen da einmal rüber und werden die Ganze ein bisschen mit Werbung beschalten. So, und dann gucken wir, was passiert. Ich habe das Ganze jetzt mal gemacht. Wir probieren das mal aus. Keine Ahnung, was da rauskommt. Werden wir jetzt die Tage sehen. Und genau, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das Coole ist nämlich auch, dass sich sogar Preise verändern können. Du kannst da sogar noch ganz andere Deals ausmachen, sogar mit den Druckfirmen, wenn du eine bestimmte Absatzmenge hast, dass du noch mal einen anderen Prozentsatz, sage ich jetzt mal, für das T-Shirt bezahlst oder Reward-Bonus-Programme gibt es ja auch. Das ist halt eine sehr, sehr coole Sache, um dann noch mehr Geld halt rauszuholen. Und dann kriegst du sogar bis zu 15, 20 Euro Gewinn halt selbst an einem T-Shirt. Also so gesehen, wenn du es richtig vermarktest und ein cooles Design hast, kannst du da richtig Schotter machen. Selbst wenn es bei Spreadshirt nicht mehr geht, wir sind nicht gebunden. Wir können hochladen, wo wir wollen, denn wir sind freie Unternehmer, die machen können, was sie wollen, selbst wenn irgendwo sich mal eine Partei dazu entscheidet, sein Preismodell zu ändern. Und das ist es nämlich auch, dass du als Unternehmer dich auch dem Markt ein bisschen anpassen musst. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir jahrelang immer das Gleiche machen, dass das funktioniert. Deswegen, wir müssen uns auch mal neue Wege und neue Türen halt offen halten. Und gerade so dieser Etsy-Marketplace zum Beispiel, denke ich mal, wird auch ein Riesensache sein. Das Ding ist ja auch unheimlich gewachsen jetzt über die letzten ein, zwei Jahre. Also da auf jeden Fall dranbleiben. Guck dir das Ganze an. Wenn du eine Anleitung dafür haben willst, tshirtfrank.de, da mache ich noch ein paar Sachen rund um ein paar Werbetipps rein, was man da noch so machen kann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier blende ich dir noch zwei weitere Videos ein. Hier den Quick-Abo-Button. Viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe.